Ich höre immer wieder auch von Coaching-Kunden, die zu mir kommen, dass sie in anderen Coaching-Programmen vorher waren und dort eben nicht so zurechtgekommen sind, weil es einfach quasi Massenabfertigung, also quasi Coaching am Fließband halt ist. Und für den einen oder anderen mag es vielleicht funktionieren, aber es kommen halt dann doch immer wieder viele auch unter die Räder, wo es halt nicht funktioniert. Und ja, also die gehen dann auch so ein bisschen unter da draußen natürlich, weil die ja natürlich auch nirgendwo als Referenz vorkommen oder als Testimonial. Da kommen dann sozusagen, sagen wir mal, vom Coaching-Programm mit 1000 Coaches, wenn dann nur 100 ein gutes Testimonial machen, dann sieht man halt die 100 guten Testimonials. Aber die 200, 300, die es halt nicht gepackt haben, werden teilweise auch zum Bruchteil bei mir aufschlagen. Von denen sieht man halt nirgendwo. Das ist ja auch ganz klar. Das ist ja nicht Teil des Marketing-Programms, dieses Monster-Coaching-Programms zum Beispiel. Die nächste Frage ist auch eine sehr, sehr interessante und auch sehr harte und direkte Frage. Auch viele zum Beispiel auch dieser teilweise auch berechtigten Coaches, die vielleicht auch großen Coaching-Programmen, die durchaus auch vielleicht gute Arbeit leisten, auch ihre Daseinsberechtigung haben etc. Ich möchte überhaupt gar nicht irgendwie ein Kontra irgendwas sein. Was mir sehr stark aufgefallen ist, dass sie sehr oft auch in ihrem Teil ihrer Marketing-Strategie, Teil ihres Marketing-Statements, ihres Wertversprechens halt immer und immer wieder betonen, automatisiere so viel es geht deinen Betrieb, löse dich von der Zeit für Geldkette. Ein ganz großes Stichwort in sämtlichen Marketing-Botschaften, ich würde mal sagen aller Coaches, die es da draußen so gibt oder auch Mentoren oder auch Agenturen teilweise. Und jetzt ist es ja so, wenn ich jetzt zum Beispiel ein skalierbares Coaching habe, weil ich halt Live-Calls habe mit 500 Leuten im Call, und ich aber jetzt als Kunde sowas habe wie Soft-Entwickler-Buden oder solche, die es noch werden wollen, oder ganz am Anfang stehen, aber letztendlich über Manntage sie skalieren wollen, dann versuche ich ja quasi ein bestimmtes Geschäftsmodell, das ich selber habe als Coaching, als verlierbares digitales Coaching, auf einen Software-Bruder zu projizieren, dessen Geschäftsmodell unter Umständen ein ganz anderes ist. Also da sehe ich immer wieder die Diskrepanz. Wie siehst du grundsätzlich mal das Thema Zeit für Geldkette? Inwiefern würdest du sagen, ist es ein Problem oder ist es überhaupt ein Problem? Ist es überhaupt berechtigt, das so als Marketing-Posaune quasi jedem unter die Nase zu halten? Du musst unbedingt Zeit für Geldkette lösen und so weiter. Oder ist es einfach fester Bestandteil des Standardgeschäftsmodells einer Agentur oder einer Software-Entwicklungsbude? Oder gibt es da vielleicht alternative Sachen? Wie zum Beispiel, dass du selber sagst, ich gehe mir in den Schulungsbereich, nehme einfach auch noch andere Add-ons oder irgendwas vielleicht mal vor, wo ich da gar nicht dran gedacht habe. Grundsätzlich würde mich einfach interessieren, wie siehst du das Thema Zeit für Geld als Software-Entwickler mit einem traditionellen, sehr individualisierten, aber sehr traditionellen auch Software-Geschäft, wo du letztendlich Manntage, Personentage, Tagesetze etc. pp. verkaufst, so wie hunderte oder tausende anderer, die IT-Dienstleister auch. Und ist es überhaupt interessant oder ist es überhaupt möglich, Zeit für Geldkette zu lösen? Also dieses, da passiert was vollautomatisiert und digitalisiert und so weiter. Und ich nehme mich dann raus und dann schaue ich dann nur noch von außen drauf und so weiter. Und wenn ja, ab welchem Zeitpunkt wäre das möglich in deinem Fall, durch deine Brille gesehen? Also einfach diese ganze Thematik, die da draußen ja sehr stark auch im Marketing in Anspruch genommen wird, die Thematik Zeit für Geldkette tauschen. Also Zeit für Geldkette lösen, sich lösen von der Zeit für Geld. Also grundsätzlich glaube ich schon, dass das Zeit für Geld, sich zu lösen, der richtige Ansatz ist. Anders geht es glaube ich nicht nur. Und das ist auch etwas, was ich sehr wichtig für uns als Softwareentwicklung sehe, aber auch gleichzeitig für dich als Marketer. Man darf nicht verwechseln oder nicht in einen Topf schmeißen, Automatisierung und Delegierung. Bei uns ist es so, ich delegiere durchaus meine Arbeit, aber ich habe dafür gute Leute und denen vertraue ich auch. Und die machen das in meinem Sinne, aber eigenständig. Und ich glaube, das ist genau der Knackpunkt, wenn du anfängst, das zu automatisieren und dann eben deine Prozesse vorher so festschreiben musst, weil du deinen Leuten nicht so vertrauen kannst, weil du so eine Fluktuation hast, weil du es vollautomatisch, wie du sagst, also maschinell eigentlich verarbeitet haben willst, auch wenn da noch Leute sitzen, die das, sag ich mal, als Mund noch deine, oder als Hände noch deine Aufgaben erfüllen. Aber eigentlich ja nur Maschinen sind dessen, was du darunter geschrieben hast. In dem Moment hast du eine Commodity und das ist vielleicht skalierbar, aber da hast du halt, zumindest für unsere Kunden, nicht die Qualität oder den Output dessen, was du brauchst. Was du brauchst, ist eben Delegation, dass du sagen kannst, okay, ich kann es meinen Leuten geben. Und die führen das so aus in meinem Sinne, wie ich das gerne hätte. Die sind architekturell so aufgestellt. Oder jetzt in deinem Fall, da hast du ja auch ein paar Leute für Video und Content etc. Genau, und die Sachen, die kommen ja raus und die kann man ja hernehmen. Und die sind ja bloß ja nicht denen vorher so vorgegeben, klar gibt es eine gewisse Schulung, aber du hast denen nicht vorgegeben, wie die genau das zu tun haben, sondern die kommen da mit einem gewissen Talent wahrscheinlich schon rein, verfeinern das Ganze noch und machen es dann eigenverantwortlich. Ich habe bei dir jetzt noch keine so genauen Arbeitsanweisungen gesehen, wie denn genau das sein soll. Und genau da finde ich, das ist der wichtige Punkt, wie man eben qualitativ skalieren kann. Das andere ist eben so Massenware, ja, da wird es auch Abnehmer geben, die kaufen sich das halt, weil sie nichts Besseres kennen, wenn uns Besseres einfällt. Aber es ist gerade so, bei dir oder auch bei uns in der Software, funktioniert es nicht so in dem Maß. Das ist dann wirklich Commodity, das ist auch was, wo ich persönlich eine gewisse Aversion dagegen habe, weil es einfach den Anführungen nicht gerecht wird. Software und Marketing sind hochkomplexe Themen. Da will ich eigentlich keinen Roboter, der mir genau das ausspuckt, was zehn anderen auch schon ausgespuckt hat und dann genau die gleiche LinkedIn-Anmache zehnmal macht, was da teilweise passiert, dass da zehnmal die gleiche Anfrage kommt mit dem gleichen Wortlaut von unterschiedlichen Vertriebsleuten aus unterschiedlichen Firmen, weil die halt die gleiche Schulung gemacht haben. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja.